Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Loch Lomond 21 Jahre. Heute gönne ich mir mal was und zwar den Loch Lomond mit 21 Jahren. Ich habe hier im Video schon ein paar Whiskys aus der Brennerei probiert, die in den schottischen Highlands liegt, die Single Grain Whisky produziert, aber auch Single Malt Whisky produziert unter verschiedenen Namen. Schaut einfach mal in die passende Playlist, da findet ihr beide Arten von Whiskys in Videoform von mir verkostet. So einen alten wie heute hatte ich tatsächlich aus der Brennerei Loch Lomond noch nicht im Video, nämlich 21 Jahre alt. Mordsbox. Sieht geil aus, kann ich nicht anders sagen. Hier die Flasche drin. Schwer, wertig, allein schon der Korken ist mega. Loch Lomond Distillery. Macht was her. Ja, der Kollege reifte die kompletten 21 Jahre in Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Genauer gehen sie nicht drauf ein. Das kann bedeuten, Ex-Burban-Fässer, First Fill, Second Fill, Third Fill oder eben auch Virgin American Oak. Hier steht halt einfach nur amerikanische Weißeiche drauf, in denen der 21 Jahre reifte. 46 Volumenprozente hatte. Steht ganz groß drauf, non-chill-filtert, also nicht kühl gefiltert. Hier steht aber nirgends was von Natural Color. Und das ist eigentlich ein Attribut. Wenn man nicht färbt, schreibt man es mit drauf. Sie schreiben es bewusst nicht drauf. Nur non-chill-filtert. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Kollege gefärbt ist. Macht ja Loch Lomond im Regelfall auch, ne? Ja, 21 Jahre alt, wie gesagt, preislich 140 Euro. Ist eine Stange Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man kriegt eine tolle Ausstattung und ich gehe mal von einem tollen Whisky aus, den man hier bekommt. Aber um das herauszufinden, habe ich ihn ja jetzt heute mal hier. Wie gesagt, keine Ahnung, ob er gefärbt ist. Deswegen beurteile ich es jetzt einfach mal nicht. Ach ja, er soll rauchig sein. Und auch das ist eine Besonderheit, denn im Regelfall sind die Loch Lomond-Whiskys, die unter eigenem Namen abgefüllt sind, komplett unpeated. Rauchig produzieren sie dort vor Ort auch. Das füllen sie allerdings als Inchmoen ab. Also es ist schon eine kleine Besonderheit, dass ein Loch Lomond, der den Namen trägt, Rauch haben soll. Mal schauen, wie viel. Er hat schon merklichen Rauch. Aber der ist von der Machart anders, als man es von Islay-Whiskys oder von Speyside-Whiskys kennt. Allgemein finde ich, hat Loch Lomond einen sehr, sehr eigenen Rauchstil. Der riecht so ein bisschen nach Rost. Dreckig einfach. Und ich finde, der Whisky hat nach den 21 Jahren eine sehr, sehr markante Würzigkeit. Die verbindet sich mit diesem rostigen Rauch und macht ihn eigen. Aber nicht schlecht. Eine gewisse Kräuterpackung ist mit dabei, aber auch eine gewisse Süße. Ein bisschen riecht er wie diese Auricula-Kräuterbonbons. Angenehme Eichel ist da, die so ein bisschen nach Politur riecht oder so Schuhwichse. Kennt ihr die? Also man riecht, das ist ein alter Whisky und 21 Jahre ist eine Zeit. Also wenn man das mal zurückrechnet, 2021 haben wir, 21 Jahre alt, um das Jahr 2000 ist er destilliert worden. Naja, im Jahr 2000, da war ich noch in der Schule, habe gerade Rollerführerschein gemacht. Also ewig her. Schön. Tolle Balance aus süß-würzig, leicht kräuterig und einem sehr besonderen Rauch, der jetzt mittelstark mit Tendenz zum Leichtrauchigen ist. Aber ich finde ihn interessant. So einen Whisky vom Geruch hatte ich auch noch nicht. Sláinte. Oh, ist der süß. Speichelfluss und Kokosnuss. Ja, leck mich im Arsch. Oh. Dann setzt die Würzigkeit ein. Die Süße lässt aber nicht nach. Oh, ein richtiger pfeffriger Afterburner. Voll intensiv Richtung Abgang. Leicht trockene Eichenholznote. Ein leicht kräuteriger Rauch. Also deutlich weniger auf der Zunge als in der Nase. Aber diese Kokosnussnote ist ja geisteskrank. Meine Güte, ey. Selten hatte ich die so intensiv auf der Zunge wie bei dem. Krass. Kennt ihr das so von der Kirmes? Da gibt es meistens so einen, der so Früchte verkauft. Der hat dann auch diese Bruchstücke von der Schale noch mit dem Fleisch da. Mit dem Fruchtfleisch genauso. Jetzt riecht er auch nach der Kokosnuss. Ist ja überragend. Leicht ätherisch wird er. Der riecht fast wie so ein Kamillentee. Kräutrig. Da passt auch der Honig dazu. Die Würze geht jetzt ein Stück weit in den Hintergrund. Der Rauch geht auch in den Hintergrund. Dieses Rostige. Dieses etwas Dreckige. Jetzt wird er angenehmer. Gefälliger. In der Nase ist er relativ simpel, muss man sagen. Er hat schon diese markante Rauchigkeit, die ihn ausmacht. Ich will nicht sagen, er ist langweilig, um Gottes Willen. Aber er ist simpel, aber im Geschmack. Ja, 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 Coco, Jumbo, ja, ja, eh. Die ist mega. Schöne, süße Honig. Schöne Würze. Pfeffer. Kurkuma vielleicht sogar. Also es wird exotischer würzig. Dann setzt ganz, ganz zart der Rauch an mit so ein bisschen was Aschig-Kräutrigem. Angenehm kommt die Eiche dazu. Die macht es trockener. Eine leichte Bitterkeit ist da. Was sich aber sehr, sehr lange hält, ist dieser Mix aus Süße und Würze und eben dieser Kokosnuss. Ja, 140 Euro, habe ich gesagt. Kost der. Scheiß die Wand an. Ich finde, er ist es wert. Ich glaube, das ist so mit der beste Whisky, den ich dieses Jahr probiert habe. Von daher, probieren. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von Loch Lomond haltet. Ich sage immer wieder, es ist eine Brennerei, die extrem viel Potenzial hat, auch wenn sie sehr viel produzieren. Muss aber nicht bedeuten, dass sie kacke sind. Im Gegenteil, ich finde die Whiskys allesamt super. Durch alle Preisklassen durch. Und jetzt am oberen Ende der Preisrange beim 21-Jährigen. Tolles Teil, wirklich. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.